Hallo, herzlich willkommen zu unserem Video Automatisierung mit XDM. Ich möchte in den folgenden Minuten verdeutlichen, wie Sie mit XDM Ihre Testdatenerstellung vereinfachen, beschleunigen und automatisieren können. XDM, Cross Data Mover, ist bei jeder Art Datentransfer oder Migration relationaler Daten nützlich. Mehr dazu an anderer Stelle. Seine Bestimmung liegt im Bereich Qualitätssicherung. Besondere Stärken zeigt XDM bei der Testdatenbereitstellung und darum soll es hier nun vorrangig gehen. XDM automatisiert die Testdatenbeschaffung, reduziert den manuellen Aufwand und beschleunigt die Abläufe bei Entwicklung, Test, Qualitätssicherung, QS und Abnahme. Die Anforderungen sind ja, je nach Teststufe, ganz unterschiedlich. Zum Beispiel benötigt man für Abnahme- und Integrationstests in der Regel Massendaten. Entwickler dagegen brauchen meist nur einige hundert Datenzeilen zur Prüfung einer neuen Funktion, diese aber im vollständigen, relationalen Kontext. Zur schnellen, regelmäßigen, kostengünstigen Erneuerung einer Vorproduktion braucht es andere Mittel. Um also die jeweilige Aufgabe effizient erledigen zu können, besteht XDM aus spezialisierten Komponenten. Einmal der Testdatenbereitstellung für Entwickler, Beschaffung auf Zeilenebene. Wir nennen es RLP von Row Level Processing. Es geht um komfortable Verfügbarmachung der Testdaten für bestimmte Geschäftsfälle, Verträge, Kunden, Gruppen, Konten und ihrer sachgerechten Einbettung in die Testumgebung. Dann haben wir Testdatenbereitstellung für Abnahme-, Integrations- und Performance-Tests, also Beschaffung von Massendaten. Wir nennen die dafür geeignete Komponente TC für Table Copying. Hier geht es zum Beispiel um die effiziente Bereitstellung aller Objekte einer Anwendung, eines Schemas etwa oder einer oder einiger Datenbanken. Und schließlich die Komponente DC. DC steht für Database Cloning. Sie ist ideal für schnelle, häufige, also kostengünstige Erneuerung der Vorproduktion. Ziel ist die Duplizierung der gesamten Produktionslandschaft, über Nacht zum Beispiel. Alle Objekte sollen zu einem gemeinsamen Zeitpunkt konsistent sein. Sprechen wir nun kurz über die Komponente für Entwickler, also die Testdatenbeschaffung für Feature-, Funktions- oder Unit-Tests, die RLP-Komponente. RLP wie gesagt für Row-Level, also zahlenweise Verarbeitung. Es geht um Vereinfachung und Automatisierung und damit um Entlastung des Programmierers oder Testers beim Aufbau geeigneter Testdaten. Daten zu bestimmten Geschäftsfällen, Verträgen, Kunden, Aufträgen sind zu selektieren und in geeigneter Weise in das Testsystem die Testumgebung einzubetten. Es soll genügen, dem Tool gewünschte Startwerte zur Selektion vor der Ausführung zu übergeben, damit es den gesamten Kontext, also Zeilen aus allen verbundenen Tabellen, auswählt. Dafür benötigt es natürlich die relationalen Bezüge, die, sobald sie nicht im Katalog des DBMS verfügbar sind, einmalig zu beschaffen sind. Der Aufwand lohnt. Das Tool übernimmt also die Aufgabe, den gesamten für einen sinnvollen Test notwendigen Kontext mitzunehmen und auf vorgegebene Weise in die Testumgebung zu bringen. Das Tool hilft mir nicht nur beim Aufsammeln des notwendigen Drumherum, damit ich nichts vergesse, sondern auch beim akribischen Anlegen, Ergänzen und Einbetten der oder in die Testumgebung. Also von der ganzen, teils nervigen Detailarbeit werde ich als Tester entlastet. Die Führung, die Identifikation bleibt bei mir. Ich kann die Startwerte sogar zur Ausführungszeit noch einspielen. Ich muss nicht prüfen, ob es das Objekt am Ziel schon gibt, ob es schon Zeilen enthält, es wird automatisch angelegt oder das Bestehende wird sachgerecht und optionsgemäß aufgefüllt. Natürlich kann ich auch die Zielumgebung komplett leeren und neu aufbauen. Ich kann Baselines ziehen, um nach dem Test wieder darauf zurückzusetzen. Eine RLP-Tast kann jederzeit, auch Scheduler-gesteuert, wiederholt werden. Sie wird sich immer wieder neu an den Gegebenheiten orientieren. Was wird in der Quelle vorgefunden? Was gibt es schon im Ziel? Und was ist demzufolge zu tun? Vieles wäre noch zu sagen, eins vielleicht noch. Felder, Spalten können bei der Datenbeschaffung modifiziert werden. Sei es, um neue zu initialisieren oder bestehende zu ändern. Stichworte sind Anonymisierung oder Zeitreise. Bei Letzterem würden sich zum Beispiel relevante Datumsfelder inhaltlich um einige Jahre verschieben. Es gibt ein schönes Video zur Zeitreise. Time Journey. Soviel zur RLP. Wer mehr wissen möchte, dem sei das Produktvideo empfohlen. Gehen wir weiter zu TC, Table Copying. XTM-TC vereinfacht, automatisiert und beschleunigt vor allem die Testdatenversorgung für Testumgebungen, die Massendaten benötigen. Also vollständige, große Tabellen, alle Tabellen eines Schemas etc. TC arbeitet deutlich effizienter als ein SQL-Prozess. Dies ist besonders wichtig, wenn der Ressourcenverbrauch in Rechnung gestellt wird. Wegen seiner Effizienz ist TC erste Wahl bei jeglicher Migration relationaler Daten. Zumal er die Daten auch DBMS-typübergreifend bewegen kann, von Oracle nach DB2 oder umgekehrt. Was heißt hier nun, XTM-TC automatisiert den Prozess? Ein Auftrag, eine Kopiertask muss Quell- und Zielsystem kennen und natürlich Regeln zur Auswahl der zu kopierenden Objekte. Include-Exclude Bei jeder Ausführung vergleicht XTM Quelle und Ziel und reagiert entsprechend. Im Ziel fehlende Objekte werden angelegt, vorhandene werden auf Kompatibilität geprüft. Das heißt, ein einmal definierter Kopierauftrag kann immer wieder ohne Änderung ausgeführt werden. Es spielt keine Rolle, ob neue Objekte hinzukamen oder andere gelöscht wurden. Die Kopiertask tut das Gewünschte oder Notwendige. Dazu gehören auch vorausgehende Prüfungen wie Sind die Objekte intakt? Ist genug Platz im Zielsystem vorhanden? Natürlich kann die Zielumgebung auch völlig leer sein oder noch gar nicht existieren. Dann liegt sie XTM an, so wird, quasi auf Knopfdruck, eine neue Testumgebung entstehen. Objekte können Quelle und Ziel unterschiedliche Namen haben, Stichwort Mapping Rules. Noch bedeutender ist die Fähigkeit, Feldinhalte zu verändern. Damit können zum Beispiel anonymisierte Datenbestände erzeugt werden. Für die in Frage kommenden Spaltentypen werden, etwa vom Datenschutz, entsprechende Modifikationsregeln hinterlegt. Anonymisierungsmethoden in diesem Fall. Bei jeder Ausführung, die die betroffenen Spalten bewegen, greifen die Regeln. Ähnlich kann bei sogenannten Zeitreisenverfahren werden, wenn also Datumslogik intensiv zu testen ist. Die Inhalte aller oder einiger Datumsspalten könnten um eine vorgegebene Zeitspanne verschoben werden. Wir sprechen hier über Kopieren, also die Komponente XDM-TC. Auch bei RLP gibt es die im Feld Modifikation. Das Videotestdatenmanagement sucht Antwort auf die Frage, wie man das am besten gestaltet. Man pflegt meist mehrere Versionen einer Anwendung, das aktuelle Produktionsrelease und das neue unter Entwicklung und Testbefindliche. Schön wäre, man könnte die jeweils dazugehörigen Testdaten auf Knopfdruck austauschen. Dafür stellt XDM die Icebox-Funktion zur Verfügung. Ein Verfahren zum Einfrieren bestimmter Testdatenkonstellationen zur späteren Verwendung. Und dies übrigens im gleichen oder in einem anderen Testsystem. Icebox kümmert sich also in gewohnter Weise um die DDL. Diese Funktion ist ideal für Visionierung und die automatische Erstellung und flexible Verwendung von sogenannten Baselines. Icebox steht für RLP und TC zur Verfügung. Wir sprachen über Testdatenversorgung für die verschiedenen Testumgebungen. Jetzt fehlt noch eins, die Vorproduktion. Man hat eine, aber sie ist oft nicht aktuell. Denn meist richtet man eine Vorproduktion nur gelegentlich ein, um nämlich das risikoreiche Propagieren einer neuen Anwendungsversion, eines neuen Release in die Produktion ausgiebig testen zu können. Würde die Vorproduktion oft genug erneuert, so könnten Produktion einerseits und Test und Entwicklung andererseits vollständig entkoppelt werden, weil sämtliche Testdaten aus der Vorproduktion bezogen werden können. Dazu wird ein Verfahren benötigt, das robust und kostengünstig und so schnell ist, dass man es nächtlich durchführen kann. Das Ergebnis, die Vorproduktion, sollte zu einem Zeitpunkt konsistent sein. Ein solches Verfahren, meist Klon genannt, stellt XDM DC zur Verfügung. Hier noch einmal die drei Komponenten. Sowohl TC als auch RLP erlauben anonymisieren und Zeitreise und für beide gibt es die Icebox. XDM ist verfügbar unter dem Betriebssystem Z2S, Unix, Linux und Windows und unterstützt gegenwärtig die Datenbanksysteme DB2, Oracle und MySQL. Gemeinsam ist allen Komponenten das Vorgehensmodell. Es wird eine Aufgabe, eine Task definiert, die dann beliebig oft, zum Beispiel schedulergesteuert, ausgeführt werden kann. Vielen Dank! Vielen Dank!